...irrwitzig zu versuchen, irgendetwas zusammenzufassen. Deswegen suche ich mir zwei für mich wichtige Botschaften heraus. Die erste war, wenn wir über Belarus sprechen und diese neue Qualität, die diese Bewegung hat, die ja vollkommen unerwartet war, war, dass wir uns klar machen, ein entscheidender Faktor war die Tatsache, dass es die Frauen gewesen sind, die auf die Straße gegangen sind und die den Mut gehabt haben, sich zu engagieren und die gleichzeitig das Zeichen gesetzt haben, dass sie keine Revenge wollen. Und das hat sich durch den heutigen Tag gezogen, bei den trotz der sich verschärfenden Konflikte mit der Führung im Kreml, nicht mit Russland, sondern mit der Führung im Kreml, dass niemand von uns Gefühle von Revenge hat, sondern eigentlich Gefühle von dem Wunsch, eine Zukunft für Russland zu sehen, die aber ein anderes Gesicht hat als derzeit. Und für uns ist die Aufgabe, und das richtet sich sehr stark an Deutschland und ans politische Berlin, wenn wir die EU-Einheit beschwören und wir alle sehen, dass wir nur als EU gemeinsam handeln können, zumal angesichts einer sehr irrational gewordenen amerikanischen Führung, wenn wir die Einheit der EU wollen, dürfen wir als Deutschland keine Rolle einnehmen, die spaltet. Und unsere binationalen Verträge mit Gazprom, der Gasversorgung, sind ein spaltendes Element, insbesondere für die Länder, die zwischen dem Moskau und Berlin liegen. Und wenn wir zu einer Einheit zurückfinden wollen, wenn wir kritisch sind gegenüber einer Politik des französischen Präsidenten mit dem Rappochement, müssen wir bereit sein, unsere eigenen deutschen Alleingänge auch zur Disposition zu stellen. Das war die Botschaft nach Berlin. So, und den Rest meiner Zeit gebe ich an meinen werten Gatten, der eine recht interessante Neuigkeit von heute aus dem Netz vorzulesen hat. Und deswegen setze ich mich jetzt auf den letzten frei werdenden Stuhl und freue mich auf den Abend. Vielen Dank, Marie. Ich würde Ihnen gerne eine Erklärung der Botschaft der Russischen Föderation kurz vorlesen, weil die doch sehr vielsagend ist für den Stand unserer Beziehung. Am 9. September des Jahres wurde der außerordentliche und bevollmächtige Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Russischen Föderation Dr. Geser Andreas von Geier ins Außenministerium, ins russische Außenministerium, einbestellt. Beim Botschafter wurde ein entschiedener Protest angelegt, dass von der Bundesregierung haltlose Vorwürfe und Ultimaten gegen Russland wegen der Erkrankung und Krankenhausaufnahme des russischen Staatsbürgers Alexej Nawalny vorgetragen werden und diese Situation als offenkundiger Vorwand zur Diskreditierung unseres Landes auf internationalem Parkett missbraucht wird. Es wurde erneut gefordert, vor dem Hintergrund dieser Hysterie unverzüglich eine sachliche und ausführliche Antwort der deutschen Seite auf das offizielle Rechthilfersuchen der russischen Generalstaatsanwaltschaft den 27. August 2020 zu übermitteln. Der Botschafter wurde darauf verwiesen, dass das Ausbleiben der oben erwähnten Materialien als Weigerung der Bundesregierung gewertet werden wird, zur Wahrheitsfindung im Rahmen einer objektiven Aufklärung beizutragen und ihre bisherigen und künftigen Maßnahmen im Fall Nawalny als eine grobe, feindzählige Provokation gegen Russland die Konsequenzen für das russisch-deutsche Verhältnis und eine gravierende Beeinträchtigung der internationalen Situation herbeiführen kann. Die ganze Verantwortung für die Folgen dieser Politik wird somit bei der Bundesregierung und ihren NATO- und EU-Verbündeten liegen. Punkt. Das erinnert ein bisschen an das alte Bild zu der Asymmetrie der deutsch-russischen und europäisch-russischen Beziehungen. Wir spielen Softball und der Kreml spielt Rugby. So, also wir versuchen Körperkontakt zu vermeiden, Konflikt zu vermeiden und der Kreml ergreift die Flucht nach vorne und eskaliert und droht. Ich meine, das ist ja ein ganz offenkundiger Ton in dieser Erklärung, das ist ja eine Drohung. Und die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Das war ein zentrales Thema heute den Tag über und ich will Ihnen gerne nur drei im Anschluss an Marie-Luise drei aus den vielen Konsequenzen und Überlegungen dieser Konferenz kurz vortragen. Die erste heißt, wir sollten nicht unermüdlich in einem viel stärkeren Maß die Partnerschaft mit Russland beschwören, als der Kreml an dieser Partnerschaft interessiert ist. Die zweite war, wenn der Kreml, ich sage nicht Russland, weil Putin und die jetzige russische Führung ist nicht Russland, wenn der Kreml als Gegner der europäischen Demokratien agiert, dann sollten wir ihn auch als Gegner behandeln und nicht die Augen vor den Tatsachen verschließen. Jede Realpolitik gegenüber Russland beginnt damit, zur Kenntnis zu nehmen, mit welchem Regime wir es zu tun haben. Ein Regime, was sich an keinerlei moralische Verpflichtungen und an keinerlei internationale Normen bindet. Dieser Erkenntnis sind wir jetzt vielleicht sehr spät durch die Vergiftung Nawalny ist näher gekommen, obwohl es dafür schon seit vielen Jahren viele Gelegenheiten gab, sich mit dieser unbequemen Wahrheit zu konfrontieren. Und das letzte war natürlich und das wird sicher heute Abend auch eine große Rolle spielen, dass, ob wir das wollen oder nicht, Nord Stream 2 zu dem Prüfstein geworden ist, ob wir bereit sind, eine klare Botschaft zu senden bis hierher und nicht weiter. Nord Stream 2 als dem Projekt, an dem der Kreml das größte Interesse hat. und zu glauben, man könnte das trennen von dem politischen Konflikt mit Russland ist eigentlich nur eine Einladung, uns weiterhin nicht ernst zu nehmen. Das vielleicht als einführende Bemerkung aus einem sehr langen und intensiven Tag. Wir haben ein wunderbares Podium für die Diskussion über die künftigen Beziehungen zwischen Russland und dem Westen, zum Teil mit Teilnehmern unserer Konferenz von heute, zum Teil mit neuen Sprecherinnen. Ich beginne mit Professor Marie Mendras. Sie ist politische Wissenschaftlerin auf dem Weg der Russian Studies an der Pariser School of International Affairs, Science Po, hat in früheren Jahren als Beraterin im französischen Außenministerium und Verteidigungsministerium gearbeitet, hat zahlreiche Bücher zu Russland und den europäisch-russischen Beziehungen verfasst. Das letzte trägt den Titel Russian Elites Worry The Unpredictability of Putinism, also die Unberechtigbarkeit des Putinism. Herzlich willkommen, Marie. Ich sollte vielleicht sagen, ich übersetze jetzt aus dem Englischen ins Deutsche, weil wir heute Abend dreisprachige Veranstaltungen haben, Englisch, Deutsch, Russisch, während heute Tag über vor allem Englisch gesprochen wurde. Und ich begrüße natürlich sehr herzlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dieser Veranstaltung jetzt online folgen. Es haben sich so etwa 400 angemeldet. Ich weiß nicht, wie viel aktuell Sie können davon ausgehen, dass noch sehr viele andere hier mithören. Als zweiten Gast möchte ich gerne begrüßen Professor Michael McFaul. Er ist online hoffentlich zugeschaltet, also nur virtuell präsent. Professor für internationale Studien in Politikwissenschaften an der Stanford Universität. die meisten hier werden ihn aber in einer anderen Kapazität kennen. Er war fünf Jahre lang für die Obama Administration als außenpolitischer Berater und als Beamter im Weißen Haus tätig. Zunächst Senior Director für Russian and European Affairs im Nationalen Sicherheitsrat und dann amerikanischer Botschafter in der Russischen Föderation über drei Jahre hinweg, also hat tiefe Einblicke sowohl in die russische Politik wie in die amerikanisch-westlichen russischen Beziehungen. Sein letztes Buch trägt den Titel From Cold War to Hot Peace and American Ambassador in Putin's Russia. Welcome Michael Fall. Ja. Vladimir Karamosa dürfte hier auch den allermeisten ein Begriff sein. Schwer zu beschreiben, weil er so viele Eigenschaften gleichzeitig in sich vereint. Er ist Politiker, Journalist, Filmemacher, NGO-Aktivist und einer der Köpfe der intellektuellen und politischen Köpfe der demokratischen Opposition in Russland. Vladimir Karamosa hat eine sehr spezifische Erfahrung gemacht, die jetzt wieder sehr aktuell ist. Er wurde nämlich selbst zweimal vergiftet mit Novichok. Er lag im Koma, hat mit dem Tod gekämpft, weiß also, worüber er spricht, wenn man über Anschläge auf Demokratieaktivisten und Oppositionelle in Russland redet. Er ist einer der treibenden Kräfte in der Kampagne für die Generalisierung des Magnitsky-Gesetzes, das in den USA verabschiedet worden ist, um gezielte Sanktionen gegen Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen in Russland einzuführen und ist gegenwärtig weltweit unterwegs, um diese Gesetzgebung auch in anderen Ländern zu verankern, auch in Deutschland. Er ist unter anderem Vorsitzender der Boris Nemtsov Stiftung für Freiheit, war ein enger Freund von Boris Nemtsov. Herzlich willkommen, Wladimir. So, und dann haben wir zwei gute Bekannte aus dem Bundestag, die die einführenden Bemerkungen unserer drei Expertinnen kommentieren werden. Dr. Fritz Felgentreu, er ist der Sprecher für Sicherheits- und Verteidigungspolitik der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag und eine sehr wahrnehmbare Stimme, nicht nur in den letzten Wochen in der außenpolitischen Diskussion. Herzlich willkommen. Und last not least Manuel Sarrazin, er ist der Sprecher für Osteuropapolitik der Grünen Bundestagsfraktion und nicht nur pflichtgemäß, sondern auch ich würde sagen von seinem ganzen Herzen engagiert. Herzlich willkommen. So, ich würde vorschlagen, dass wir beginnen mit dem Beitrag von Wladimir Karamosa. Die Vorgabe, Wladimir, please, seven minutes. So, please, the microphone is yours. Thank you so much, Ralph. Thank you, Maria Luisa. I don't remember when was the last time I was so grateful to the organizers of a conference. It's so good to be in the real room with real people. I don't do well with computers and having been stuck in one for six months has not been a good experience. I remember we had a few months ago one of those endless online conversations with several colleagues. Ralph was one of those participants. And he said, this may have been in April or in May, Ralph, you said, we're going to open the real-life conference season in Berlin in September with the LibMod conference. A lot of people say, yeah, yeah, sure. Here we are in September in Berlin for a real-life LibMod conference. So, thank you so much for everything, Ralph. Thank you, Maria Luisa. It's wonderful to be here. Thank you. Of course, nobody could have timed our event for exactly this moment when all talk of Berlin and Germany and much of the rest of the European Union, of course, is Russia. And in the meetings I've had this week in the Bundestag and other places here, everyone, of course, talks about Alexei Navalny and what has happened and what should the response be. And we hear so many strong statements that they should be a robust response, that they should be a principled position. And it is, of course, very welcome and very right. but it is so, so, so unbelievably late. And I cannot say how astonishing it is for us in Russia, for those of us who are in the Russian opposition, that it took the Russian opposition leader lying here in a coma in the hospital in Berlin for many people in the political establishment to finally start opening their eyes on the true nature of Vladimir Putin's regime. as if we didn't have those previous two decades of rigged election after rigged election, of independent media being shut down or taken over, of peaceful demonstrations being dispersed and demonstrators being arrested. You know, we have more than 300 political prisoners in Russia today. In the 21st century, in a European country, hundreds of people are sitting in prison for absolutely no crime that they have committed, but only because they have crossed certain religious or political lines imposed by the Putin regime. But of course, imprisonment, as we know, is not the worst that can await those who oppose the Kremlin. Five and a half years ago, on the 27th of February of 2015, Boris Nemtsov, the leader of the Russian opposition, former deputy prime minister, was literally gunned down in front of the Kremlin walls. And to this day, for more than five years, the Russian state at the very highest levels has been shielding and protecting the people who had organized his murder. And then, of course, there have been many abuses that the Putin regime has committed outside of our own borders. And that included targeting opponents, but that also included military campaigns and hybrid interventions, Crimea, Georgia, eastern Ukraine, involvement in western democracies, interference in political processes in western democracies, and so on and so forth. Many of us are at a loss why it would take so many years and so many abuses for people to finally start opening their eyes to the reality. of the regime that exists in the Kremlin, but as the old saying goes, better late than never. And so we have had very productive conversations this week as to what the response should be and what the consequences should be for what has happened this latest and long series of abuses committed by the regime of Vladimir Putin. And I would point to three levels of response that I think would be very important. One on the legal side, one on the practical side and one on the political side. And I should say also that another thing that's been astonishing to us over all these years, it's not only that those abuses and those crimes that the Putin regime have committed haven't really been high on the radar of Western political establishments, but that throughout all of these years, while everything was happening, many things that I've described and many, many more, were always leaders in the Western world on both sides of the Atlantic that were willing to shake Putin's hand, roll out a red carpet, look him into the eye, declare a reset, invite him to prestigious summits, and so on and so forth. And I think perhaps the most grotesque and if I may say so, the most shameful example of this phenomenon is a former Chancellor of Germany who now runs Putin's errands in a well-paid sinecure at Rosneft. But there are many, many other examples of course as well. So better later than never and I think the response now, the consequences now should be done on three levels, as I mentioned, legal, practical and political. On the legal side, we know of course that there will not be a real investigation while Putin remains in power in Russia into what just happened with Alexei and Avani. Ralph just quoted this absolutely astonishing statement from the foreign ministry, right? And of course we also know it from previous experience. Five and a half years have passed since Boris Nemtsov's assassination. Apart from the lowest levels of the immediate perpetrators, nobody has faced any justice and any responsibility. And in an OSCE report on the Nemtsov case that came out earlier this year, Margaret Esserfeld, the OSCE rapporteur on the Nemtsov case, came to a very clear conclusion that the reason for this continuing impunity is not the lack of professionalism by Russian law enforcement agencies, but the lack of political will by the Russian government. In other cases, they are deliberately shielding the murderers. So we know that there will not be a real investigation. So it's very important either to have a genuine international investigative process, such as the one more than 200, I think, members of the European Parliament, including many members from Germany, have called for last week. Failing that, at least a very robust oversight procedure, both at the Council of Europe and at the OSCE, into what happened with the next day and of irony. Secondly, in the practical sense, there is nothing that can serve as, that can compare in its effectiveness in terms of a practical response to these human rights abuses as the Magnitsky mechanism, which, Ralph, you mentioned in your introduction. You know, one of the defining features of the Putin regime, apart from the election fraud and the media censorship and the political repression and all the rest of it, has been the amazing hypocrisy of the people who are at the height of this regime, the senior officials and the oligarchs, who deny and abuse and attack those basic norms of democracy and the rule of law in our country, in Russia, and then come to your countries in the West and want to enjoy the benefits and the privileges and the opportunities that the same norms of democracy and the rule of law offer here, because it's here, and I don't mean just Germany and the West in general, where they have their bank accounts, their second homes, where they spend their holidays, they send their wives and their mistresses on shopping trips and so on and so forth. And this hypocrisy has to stop, and this is what the Magnitsky Mechanism does, by enshrining the principle that those foreign government officials, not just Russian, anywhere else, who are personally complicit in human rights abuses and corruption, will no longer be able to receive visas on assets or use the financial and banking systems of the country in question. Six countries in the world have the Magnitsky legislation ready, including the United States, Canada, and the United Kingdom. Astonishingly neither Germany nor the European Union as a whole have one. It's high time to change that. Again, it should have been done a long time ago, but it should definitely be done now. I was honored yesterday to join several members of the German Bundestag here in Berlin who have introduced the first draft Magnitsky resolution, and there are discussions in the European Council, the foreign ministers of the European Union, for an EU-wide human rights sanctions mechanism, and I certainly hope that this comes to fruition soon. Finally, on the political level of response, I mentioned how astonishing it's been that for so many years, so many Western leaders were willing and able to bow before Mr. Putin, despite everything and close their eyes on everything he's been doing. I think it's absolutely clear that while Putin remains in power, they can be no more talk on the part of Western governments on any kind of resets, detents, rapprochement, whatever you want to call it, business as usual, with a political regime that speaks with its opponents in a language of bullets and poisons. I think this is the very least from the moral point of view that we can expect from Western governments. And in conclusion, I want to say one very important thing, and Ralph, thank you so much for making the distinction in your introduction here between Russia and the Kremlin, because so many times people in the West fail to make that distinction. And even on the level of language in the media, from politicians, in parliaments, we hear people say phrases like, you know, Russian behavior, Russian abuses, let's respond to Russia. Let's please not equate a whole nation, a great and culturally rich nation of 140 million people, with a small crook of criminals and thieves who are sitting in the Kremlin and who are not democratically elected. That equation is false, it is insulting. And let me tell you about the other side of Russia, because our conference today, for understandable reasons, has been on the official side. But there are millions of people in Russia who fundamentally reject this regime. who want a very different future for our country. You know, in the words of Alexei Navalny, a few months ago, he was doing an interview at Echo of Moscow radio station. And the presenter asked him, what is your vision? What is the opposition's vision? What do you want to happen in Russia? Let's say you come to power, what are you going to do? And I guess the presenter was expecting maybe that he's going to pronounce some grand phrases and, you know, make some big plans. He just said one sentence. He said, we want Russia to become a normal European country. And there's so many things in that. And of course, you will all understand what this means. And there are millions of people in Russia who share that vision. And I think it is very important, of course, it's only for us in Russia to effect that change. It's not for outside, you know, despite what the Kremlin propaganda is saying. It's never about outside interference. It's only Russians that can change Russia and that will change Russia. But what we expect our friends and partners and neighbors and other European countries do is to practice what you preach. Stand on your values. Stand by your principles. And let us both start preparing for that time when there can be a genuine, not only rapprochement, as LibMod has put in the title of this conference, but a genuine strategic partnership between a democratic Russia and our friends and neighbors in Europe. I have no doubt that this day will one day come. Thank you so much. Thanks a lot, Vladimir, for this passionate and strong statement. I would like to continue with Marie Mendel. Thank you very much, Ralph and Marie-Louise, for organizing this wonderful day. I cannot tell you how much I value cooperation and exchanges with German friends and colleagues, and it is so important these days. Vladimir Karamoza has made a strong point about the lawlessness of the Putin regime and its threat to opponents and free-thinking people and opposition politicians. There is one more big threat coming from that regime, is that to survive, it has to create insecurity. Insecurity at home, so people feel they have to depend on their leaders for stability, quote-unquote. and insecurity outside, well, in Ukraine, of course, in 13, 14, and to this day, insecurity in Belarus, and in also other parts of the world, but I don't think we'll get into the war in Syria here. I'd like to address two points. The first is compare Belarus to Ukraine, Maidan, and the fall of Yanukovych, and I will try to argue that events in Belarus will be as much of a watershed in Ukraine, even though the circumstances are different. And my second point is about European and Western responses and what can be done now. I mean, not tomorrow, but now. Why is Belarus a watershed? Because it is, again, a population in the streets trying to get rid of a dictator. So we have a sense of déjà vu, but now we know better what at stake. I think we know it better than in 2013, 14. And what we see is a Belarusian society that is trying to push forward a peaceful transition of power and is facing, of course, an obstacle from Lukashenko himself and his police and military, but also also from the Kremlin and maybe from the Europeans. Why from the Europeans? Because we continue to believe that Putin cannot let go. I remember in France how many of, you know, our officials and experts and would say, but, you know, it's the core interests of Russia. How can they let go? Not thinking for a second that maybe the very interests of the Ukrainians and of the Ukrainian state were as important as the Kremlin's national interests. And in France, what we've been witnessing is a very cautious attitude this summer. So as not to provoke Putin more and that he might then get that angry or feel threatened that he might intervene. And so maybe it's better to try and talk to him. Emmanuel Macron called him mid-August. Then Macron said, well, you know, Lukashenko would not answer the phone, so we have to call somebody. It took the Elyse another few days to send somebody to Vilnius to talk to Svetlana Tikhanovskaya, who did win the presidential election of the 9th of August. What I'm trying to say is that Putin now is walking a tight rope. He has, in my view, three instruments at hand. The traditional oil and gas dependence with us and with the Bielorussians and Ukrainians. He has the wicked disinformation, fake news, harassment, which I can tell you one can sense very much in the French media and among a number of French ruling elites. And he has the security scare, that is scare the Russians, but also scare us in Europe, that if he cannot control his fear of influence, Belarus, he might have to intervene to keep stability, when in actual fact, he is the one creating the crisis and creating the insecurity and chaos. So I think our first response is not to play with the war scare. I don't see any good reason why Russians would intervene in Belarus. This is where it's not like Ukraine. You don't have a Crimean peninsula. You don't have a Donbass. And also clearly now the Kremlin has no plan B. I mean, no man to put in Minsk and get rid of Lukashenko, because I don't think the Kremlins want to keep to keep Lukashenko, they tried to have an option. They are failing to do so. Also, Putin is facing very strong determination from the Bielorussian citizens and voters. And that's when it's very similar to Maidan. Also, the context this summer is quite different. It's been an acceleration of events, you know, from COVID to Putin's fake plebiscite of the 1st of July. Then Lukashenko's fabricated sixth term election. Alexei Navalny's poisoning and all that in Russia in the context of economic crisis, social discontent, and very, very tense relations with most neighbors of Russia. I believe that we Europeans and we Western governments can go for more resolute steps. First, there are Bielorussians that do represent Belarus and the society, and we have to recognize them because we don't like political vacuum. Lukashenko is no longer president. He was not reelected. So we have to recognize the Coordination Council and support them for a swift transition to new elections. This is absolutely key. And at the same time, of course, support economically and politically the transition, the Bielorussians during their transition period. And finally, I would say that if we convince ourselves that the solution to the Bielorussian crisis is not in Moscow, then it will take away from the Kremlin, this powerful instrument, which is our misreading of insecurity in Europe. And I believe that all the countries of the European Union are on the same page and will go forward, and that Navalny's fate is helping our policies. Thanks a lot, Marie, for that agenda. Well, thank you. Well, I have an invitation, so I need to leave at eight o'clock already, unfortunately. But perhaps let me put a bit my view on this current development, which I can see. And being the successor in my post in the Green Fraction German Parliament of Marie-Louise Beck, actually, with the time I learned to take over her skepticism, which she always had when she was still in charge there. Manuel, we know that you are fluently in English, but you can talk to him if you want. Yes, yes, I know, but I promise to our Russian and French colleagues. Okay, so. Und ich fürchte, dass ich die Situation etwas skeptischer einschätze in Bezug auf Belarus. Ich denke, dass für Wladimir Putin die Gefahr einer erfolgreichen Revolution und die Definition von Erfolg ist ausreichend, wenn die Kernforderung ein Weggang des Diktators ist, schon eine sehr große Gefahr ist. Und sicherlich ist es so, dass der Kreml sich alle Optionen offen hält und auch sich irgendwann sozusagen dieser Entwicklung hinzugeben. Aber ich lese die Ereignisse der letzten 72 Stunden eindeutig so, dass Lukaschenko noch eine Chance kriegt, das besser zu machen, was Janukowitsch zwischen dem 19. und 23. Februar 2014 nicht hingekriegt hat. Lukaschenko hat das Backing aufzuräumen. Und er versucht jetzt, alle relevanten Pläne der Opposition entweder im Knast oder außerhalb des Landes zu haben, wird das Land versuchen abzuschließen und wird dann versuchen, einen ganz, ganz langen Prozess einzuleiten, in dem man redet. Die absurde Situation dabei ist, dass unsere Bundesregierung und die europäischen Partner uns sagen, Putin sei für einen Dialog in Belarus offen. Und man dürfte jetzt Lukaschenko nicht sanktionieren, weil dann könnte der ja keinen Dialog mehr machen. Und man dürfe sich nicht einseitig auf die Seite der belarussischen Opposition stellen. Das vor dem Hintergrund dieser Lage, dass jetzt akut aufgeräumt wird. Das ist der Versuch, diese Revolution dem Ende zuzuführen, das dann lange dauern wird. Und dieses Misreading halte ich für außerordentlich stark. Und das Absurde ist, dass ich einen zentralen Unterschied zu Marie-Mondras habe, nämlich ich denke, Belarus ist heute faktisch schon eine russische Kolonie. Es ist faktisch übernommen durch russische Interessen. Lukaschenko ist eine komplett abhängige Kreml-Puppe. Er könnte jederzeit politisch, ökonomisch gekillt werden vom Kreml. Deswegen ist die These, man hätte, wenn Lukaschenko im Amt bleibt, wenigstens verhindert, dass Russland einmarschiert, eine dermaßen lächerliche These faktisch und wird dazu führen, dass am Ende Lukaschenko vielleicht von Putin im Amt gehalten wird. Und Putin wird nach Paris und Berlin und Brüssel fahren und sagen, ihr habt euren Lukaschenko behalten, Freunde. Und in der Situation, wo man geostrategisch keinen Zugriff auf Belarus hat, davon bin ich überzeugt, wo auch die Opposition keine unbedingt große nähere Annäherung an die EU will, sondern eher ein Modell der Solidarność von 89 bis 90, Wasche in Nasche oder das Pashinyan-Modell nehmen würde, von uns aus sich plötzlich zum Anwalt dieses abgeheifteten Diktators zu machen, der tausende Menschen in den Knästen foltern lässt, nachdem er einem jahrelang veräppelt hat mit seinem angeblichen Wandelgelaber, ist ein Ausverkauf von moralischen Interessen. Und man kann manchmal moralische Interessen ausverkaufen, wenn es geostrategisch Sinn macht. Aber in einer Situation, in der man geostrategisch gar nichts bewirken kann, die Moral auch noch hinten anzustellen, ist einfach nur dumm. Manchmal ist es so, dass man die Moral hinten anstellt, um den Diktator im Amt zu haben, der einem nützt. Aber zu glauben, Lukaschenko nützt im Westen, ist ungefähr so zu glauben, wie gute Umfragewerte der SPD würden den Grünen schaden oder andersrum, Fritz, ich sag es mal so. Und dieses Missverständnis, dieses grundsätzliche Missverständnis der Struktur der Belarus-Russischen Beziehung in den Sicherheitsorganen, in den korrupten Beziehungen, in der Möglichkeit von russischen Staatsmedien, sofort Lukaschenko fertig zu machen, in der belarussischen öffentlichen Meinung, der einfachen Frau auf dem Land, in der Holzhütte, die halt russisches Fernsehen guckt. Das ist, da stehe ich so richtig fassungslos davor. Und das heißt nicht, dass ich jetzt eine Lösung hätte, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir müssen uns ehrlich machen. Ich habe da neulich mit einer Person hier im Saal drüber geredet, da waren wir uns einig, die hat das ja treffend zusammengefasst. Das Beste, was rauskommen kann, ist eine vielleicht pro-russische, aber halbwegs demokratische neue belarussische Ordnung. Wir müssen gar keine Angst davor haben, dass vielleicht in Belarus die neuen Machthaber nicht mit der EU-Fahnen rumlaufen. Das ist doch nicht schlimm, wenn es in Belarus eine demokratische Mehrheit dafür gibt, einen Unionstaat mit Russland zu bilden, die es meinerseits nicht gibt. Aber unser Ziel ist doch eigentlich, die Blockfreiheit von 87 durchzusetzen, aber dabei den Menschen die Möglichkeit zu geben, souverän zu entscheiden. Und vielleicht die Möglichkeit zu geben, in einigen Jahren auch souverän anders zu entscheiden. Und genau das ist ja der Fehler, den wir gerade machen, in dem wir unklar sind bei der Person Lukaschenko. Letzte Woche haben die EU-Außenminister auf die Sanktionsliste nicht Lukaschenko gepackt, weil man angeblich mit Menschen, die sanktioniert sind, nicht in Dialog treten kann. Vor wenigen Monaten war Herr Gerasimov im Kanzleramt und saß neben Angela Merkel. So wie ich weiß, der ist sanktioniert. Also, dass einem überhaupt so ein Argument dann präsentiert wird. Natürlich kann man mit Lukaschenko auch einen Dialog machen, aber die Voraussetzung dafür, dass es einen Dialog in Belarus gibt, ist, dass es überhaupt Oppositionelle gibt, die frei und im Land sind. Wie soll man sonst in Dialog treten? Und deswegen habe ich eher das Gefühl, dass es hier eine ganz klare Entscheidung gibt, dass diese Krise bloß nicht diesen Leich, diese Hoffnung von Flirt zwischen uns und Russland, alles ist normal, das Thema ist politisch so anstrengend, dass diese Krise das bloß nicht beendet. Dass man hier ein großes Interesse daran hat, dass das Thema ohne viel Disturbance sozusagen vorbeigeht. Das ist jetzt vielleicht zu skeptisch, aber das ist meine Meinung. Vielen Dank. I would like now to invite Michael McFaul to step in. And we are very much looking forward to your assessment on the recent developments in Belarus, in Russia, in the relations between Russia and the EU. But of course, there is one missing piece in the mosaic and this is the role of the US. And we would be grateful if you could refer also to that. Michael, please. Oh, Tone, please. Can you hear me now? Yep. So, thank you all for having me. I'm still stuck in the COVID world. The sky here is red here at Stanford, California. I wish I could be there with you. Two things I want to say before getting into my remarks. I'm going to put up some slides so you don't have to just stare at me. One, I just want to thank the city, the Doctors of Berlin, the Cinema for Peace, Zemin Foundation for Saving the Life of Alexei Navalny. Not only is that an important event for the world, but it's an important event for us here at Stanford. Alexei is a father of a student here at Stanford, Dasha Navalny, and I just want to say that was a heroic act. I'm glad he's still alive. Number two, I want to be clear. I'm speaking for myself. I'm a professor at Stanford. I worked five years for one of our presidential candidates. I've traveled with him to Russia, met with Putin, actually, with Vice President Biden, as well as Georgia, Ukraine, Moldova, and other places. But everything I'm saying here today is just my personal remarks, okay? All right, I'm going to try to share some slides. Can you see my slides? Not yet. Can you see them now? Okay, now. Great. So I'm actually going to talk very analytically, and I'm happy in the questions to talk about Belarus. I hope we talk a little bit about Khabarov, by the way, in addition to Navalny. But I want to give you a sense of the analytic and policy debates here in the United States, because I think they're different than the conversation I've been hearing. And they're much more alarming, I would say, if you pay more close attention to them. We're going to skip through the are we in a Cold War or not? In America, we are debating two Cold Wars, by the way, the one with Russia and the one with China. And in my view, there are some very important differences and similarities. We'll just talk about Russia today, obviously. Some of them are good news, and some of them are bad news. So on the good news, bad news comparison, let me just highlight three that I think are more challenging today than even the Cold War. Good news from the Cold War is we don't have a quantitative nuclear arms race today. The bad news in our current period is actually you have a qualitative arms race that is very destabilizing, does not get enough attention. Good news, the communist capitalist battle from the Cold War is over. The bad news is that there's an ideological struggle between liberalism and illiberalism. Now, this whole crowd knows that, but I want to remind you that most Americans don't think about it at all. And you need to be aware that very few people think about the Putinism and nationalism and orthodoxy in terms of this ideological debate that does not get enough attention in my country. And number three, the good news that the Cold War is over is that we're not fighting proxy wars all over the planet. I want to remind people that over 20 million people died in the Cold War. It was not cold at all. That's good news. We're not doing that. Although there are pockets of proxy wars in places like Syria and Ukraine. The bad news is that the instruments of competition today are actually even more radical than during the last 30 years of the Cold War. Annexation didn't happen in the Cold War. People were not assassinated by poisons. Cyber attacks on my country did not happen during the Cold War. Sanctions were not part of it. And so whether that's the proper lens or not, we could have a long debate whether we're better off or worse off. But I think it's a very challenging period in terms of how the America, how the United States deals with Russia. Now, if I had 15 more minutes, I think it's important to do the diagnostics about what happened. How did we go from this and this and this to this? And how you answer that question actually defines what policy you should pursue. At least that's the debate we have in my country. And there are three big explanations among American policymakers and academics. One, this is just balance of power. It's the way it's always been. One, two, the United States is to blame for all of our mistakes during the last 20 years. And then three, Russian domestic politics. I fall firmly in the third category here that really the driver of our conflict, and when I say our, I mean American conflict with Russia has to do with domestic politics inside Russia. I just want to note that many, many Americans in the Democratic Party and the Republican Party disagree with that analysis and lean more heavily towards these realpolitik pre-arguments or the fact that we made mistakes and we are responsible. And for me, there were really, there's a long history, which I don't have time to get into. This crowd knows this history. But I think after 2012, and then after 2014, that's when Putin was no longer interested. As Ralph said at the beginning, he's no longer interested in your clubs, folks. He doesn't want rapprochement. He doesn't want detente. He doesn't want a reset. He's in a different place. And I think we have to acknowledge that and not try to pretend that with some new approach to how to deal with him, we will pull him in the right direction. Now, Valodya already said this, Ralph said it, I want to emphasize it one more time. I am speaking about Putin and Putin's regimes and Putinism. I am not speaking about Russia. And I think that's a good news hypothesis, by the way. We are not destined for conflict with Russia because of culture, history, or balance of power in the international system. However, the bad news is that Putin's not going to change his views. He's going to be in power for a long time. The guy works out two or three hours a day by our estimations. So what should be done, from my point of view, the most important thing that the next Trump administration should do or a Biden president she should do is get our own house in order. The absence of America in this debate about values is just sad and disappointing to me. And the first step has to be for us to get our own act together here domestically. If we did nothing else for four years in a new Biden administration, for instance, that I think would help what I think is going to be a long-term ideological struggle with Russia and I would add with China. But with respect to what to do with Russia, I like to go back to the early Reagan years. I think my colleague here at Stanford, George Shultz, had it right. By the way, before Gorbachev, this is how they dealt with Andropov, which is a big dose of containment, a little bit of engagement on things like arms control, and I would add a lot more indifference. This notion that Russia has to be involved in solving all kinds of problems, including, well, in all kinds of problems was a mistake we made in the Obama administration. And I think we need to try to find solutions in the world without believing that Vladimir Putin has to be at the table. And with that, I'll skip this one and I'll just wait for your questions. Thanks a lot for having me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Michael. A lot of your key issues also played a role in our today's conference. This new balance between selective engagement, containment. But I found especially remarkable your hint to Ukraine. Help Ukraine to succeed. Because this will be maybe the major leverage for change in Russia. A democratic, prospering Ukraine will have a deep impact on developments, on the domestic developments in Russia. So Ukraine is also part of this Russia-Western chess board. So Fritz Felsentroll, bitte sehr. Would you like me to speak in English? No. Okay. You can speak in German. I can speak in English. I can speak in English. You can speak in English. Also ich finde ein Stichwort, das immer wieder aufgeleuchtet ist in unterschiedlichen Beiträgen heute, war das Wort Dialog. Und für mich geht so ein Gespenst um in Europa, das Gespenst des Dialogs in diesem Falle. Zum Dialog gehören ja immer zwei. Und nach allem, was wir diskutiert und beobachtet haben, ist aus meiner Sicht eines ziemlich klar. Man kann mit einem Autokraten keinen Dialog führen, wenn man selber als schwach, zerstritten und unklar in seiner Haltung wahrgenommen wird. Das führt nicht zu einem Dialog. Das führt dazu, dass man etwas sagt, dass der andere vielleicht auch hört, aber nicht dazu, dass man zu einem Austausch kommt, der die Möglichkeit, die Basis schafft für eine Verständigung. Und deswegen glaube ich, dass die allererste Prämisse, die wir haben müssen, abgesehen von einer grundsätzlichen Bereitschaft zum Dialog, dagegen, finde ich, kann man nichts haben und die muss man auch immer wieder signalisieren, aber dass die allererste Prämisse, die wir uns erarbeiten müssen, eine eigene Position der Stärke ist. Also dazu gehört Geschlossenheit, dazu gehört eine klare Botschaft und wenn man die hat, dann kann man auch einen Dialog führen, vorausgesetzt, die andere Seite hat ein Interesse daran und ist bereit, sich darauf einzulassen. Und das ist, glaube ich, die Richtschnur, der man auch folgen muss in komplizierten und unübersichtlichen Situationen, wie der Situation, in der wir uns im Moment gerade befinden. Deswegen glaube ich, dass Manuel Saruazin durchaus recht hat, wenn er sagt, wenn wir feststellen, dass von Lukaschenko und denjenigen, die seinen Befehlen folgen, massive Menschenrechtsverletzungen verübt werden, massive Eingriffe in bürgerliche Freiheiten vollführt werden, dann muss das nicht nur identifiziert und angesprochen werden, sondern es muss auch Konsequenzen haben. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Nur das schafft Glaubwürdigkeit. Ich denke, wir haben tatsächlich in gewisser Weise einen Erfolg erzielt mit dem von Ihnen vorhin vorgelesenen Statement der russischen Botschaft. Es zeigt nämlich, dass die klare Haltung Deutschlands in der Frage des Schicksals von Alexej Nawalny tatsächlich als eine starke Position wahrgenommen worden ist, die auch eine starke Reaktion hervorgerufen hat. Nicht unbedingt eine versöhnliche, aber eine starke. Und ich glaube, diese Art von Klarheit ist das, was in einem ersten Schritt notwendig ist, überhaupt eine Basis für weitere Entwicklung zu schaffen. Deswegen finde ich auch den Ansatz von Wladimir Karamorza zu sagen, wir brauchen mehr Gesetze wie das Magnitsky-Gesetz. Wir brauchen, wir müssen diesen Ansatz weiterverfolgen, wenn wir über Sanktionen reden. Ich glaube, dass das richtig ist. Denn der große Vorteil dieses methodischen Ansatzes ist ja, dass sich die Maßnahmen nicht gegen einen Staat und sein Volk richten. Das war ja viel oft die Kritik, die auch zu Recht formuliert worden ist gegenüber den Sanktionen, die beispielsweise seit Jahrzehnten gegenüber dem Iran in Kraft sind, sondern dass es ganz gezielte Sanktionen sind, die sich gegen verantwortliche Einzelpersonen richten. Das ist meine feste Überzeugung, die haben zwei große Vorteile. Erstens, sie identifizieren eindeutig ein Unrecht als Unrecht und zeigen, dass es Konsequenzen hat. Und zweitens, sie tun den Betreffenden tatsächlich weh. Und auch das gehört dazu. Eine solche Politik wird keine rasche und unmittelbare Veränderung der Verhaltensweise nach sich ziehen. Es ist eine Politik, die auf Langfristigkeit angelegt ist. Aber ich halte sie für den richtigen Ansatz. Und ich glaube, dass das zusammen mit dem, was wir in der letzten Zeit gemacht haben, dass wir eben nicht einfach darüber hinwegsehen, wenn der wichtigste Oppositionsführer in Russland vor laufender Kamera praktisch oder jedenfalls in der Öffentlichkeit vergiftet wird. Das sind Maßnahmen, die uns helfen können, mittel- und langfristig auch wieder, ich sage mal, ein rationales Gespräch mit der anderen Seite zu führen. Herr Felten. Vielen Dank. Ich muss jetzt doch eine direkte Nachfrage stellen. So richtig ich es finde, über ein möglichst europaweites Gesetz gegen verantwortlich für Menschenrechtsverletzungen, also gezielte Sanktionierung von Personen auf den Weg zu bringen, so problematisch finde ich, wenn man das ausspielt gegen andere Maßnahmen, die jetzt kurzfristig ergriffen werden können. Und deshalb würde mich jetzt doch interessieren, wie Ihre Haltung zur Diskussion um Nord Stream 2 ist. Ja, lag ja auf der Hand, dass ich danach gefragt werde. Ich glaube, man muss, wenn man aus etwas größerer Distanz auf das Problem guckt, zunächst mal sagen, wie wichtig ist denn eigentlich der Import von russischem Gas für Deutschland und Europa. Denn ich finde, das ist immer eine Sache, die wir bei der Diskussion um Nord Stream 2 nicht berücksichtigen, dass Deutschland seit den späten 70er Jahren, und zwar die Bundesrepublik Deutschland, der Westen, seit den späten 70er Jahren russisches Gas importiert, damals noch sowjetisches Gas, und zwar zu einem Zeitpunkt, als an der Konfrontation und an der Gegnerschaft zwischen dem Westen und der Sowjetunion nicht der geringste Zweifel bestehen konnte. Trotzdem machte man diese Art von Geschäften. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen, bevor man sich darüber unterhält, auf welchem Weg dieses Gas nach Deutschland kommt. Der zweite Punkt ist, ich würde einfach auf das verweisen, was in den letzten Tagen die Bundeskanzlerin und Heiko Maas gesagt haben. Es zeigt sehr deutlich, dass Deutschland seine Haltung in dieser Frage überdenkt und die Option, auch Nord Stream 2 in die Debatte einzubeziehen, beziehungsweise einen Stopp der Bauarbeiten an Nord Stream 2, ein Moratorium, oder wie auch immer man das nennen will, nicht mehr ausschließt. Und ich glaube, dass das eine deutliche Veränderung in der Grundhaltung der Bundesregierung dokumentiert und dass möglicherweise auch das zur Klarheit der deutschen Haltung in den Beziehungen zu Moskau beigetragen hat. Vielen Dank. Auch für die Klarstellung, dass die Kontroverse um Nord Stream 2 nicht darum geht, ob wir Gas aus Russland importieren oder nicht, sondern um die Frage, auf welchem Weg dieses Gas transportiert wird, ob nämlich die Ukraine und Polen ausgeklammert werden aus dem europäischen Gastransit und damit politisch noch verwundbarer werden gegenüber einer Eskalation des Konflikts von Seiten des Kreml. Das ist ja der geopolitische Kern von Nord Stream 2. Es geht nicht um die Sicherung der europäischen Gasversorgung, die sowieso mittel- und langfristig runtergefahren werden muss unter dem Vorzeichen der Klimapolitik, sondern genau darum, dass Nord Stream 2 ein Projekt ist, die Ukraine zu isolieren und Europa sicherheits- und energiepolitisch zu spalten. Das ist ja das Kernproblem. Wir sind schon relativ weit in der Zeit und deshalb würde ich Sie gerne einladen, sich zu Wort zu melden. Wir haben zwei Saalmikrofone, an denen man sich aufstellen kann. Bitte sehr. Ich sehe jetzt eine erste Wortmeldung. Stellen Sie sich kurz vor, auch wenn wir uns kennen. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Natalia Prehornitzka, auch meinerseits vielen Dank für die Veranstaltung. Es ist großartig, Menschen zu treffen und das genießen zu können. Meine Fragen, ich habe zwei Fragen und einen Kommentar. Zuerst der Kommentar, Frau Mandrazi meint, dass Putin in der Ukraine eben das Interesse an Donbass und der Krim hatte, aber da gibt es auch einen ganz wichtigen Punkt, es ging auch um die Einflusszone, die Putin verliert, wenn die Ukraine sich der Europäischen Union zuwendet. Und meine Fragen sind folgende, wie groß schätzen sie, wie groß kann der Einfluss einer erfolgreichen Revolution in Belarus auf das Protestpotenzial in Russland haben, Stichwort Habarovsk, also seit 11. Juli gibt es dort Demonstrationen, obwohl die jetzt abnehmen trotzdem, wie schätzen sie das ein? Und wie kann der, ob dieser Eingangsstatement von Ralf Fuchs, diese Pressemitteilung kann die als ein Indikator für zunehmende Angst des Kreml gewertet werden? Vielen Dank. Ich habe hier noch eine Wortmeldung gesehen. Sie müssen zum Mikrofon, weil das sonst nicht übersetzt werden kann und nicht übertragen wird online. Guten Abend. Ist besser ein Englisch? Englisch, bitte. Ja. Ich bin sorry, ich habe Ihr Name. Der deutschen Kollege, der gesprochen. Mr. Felgentreu. Ich bin Was I put to you is, I hear this so often in Berlin, well, we did it in the 70s and everything was fine, so we have to do it now. What we know now about the 70s and early 80s is Russia had an internal energy crisis, a severe problem with oil, and they were able, because of the German cooperation, to switch to dependence on natural gas to make an energy transition and to get crucial import revenues that allowed them to buy wheat and so forth. So they violated, disviolated the sanctions put on Afghanistan and Russia. It violated the sanctions that Reagan put when the Russians put martial law in Warsaw, and those had to be abandoned because of German policy. Now, it's hard to say what if, but was that what gave the Soviet Union another 10 years? I don't know. So I think you should keep that in mind. I understand what you're doing, but, well, anyway, I agree with Ralph's comments. Yeah, you can respond to that. Thanks a lot. More questions and comments? Otherwise, I would introduce a comment by Daniel Fried, also an old friend of us, former official of the Bush administration. Will Germany help crystallize an EU policy regarding Putin's Russia that incorporates first moral clarity, as demanded by Vladimir Karamoza, realism about Putin's nature, demanded by Professor Mendoz, and an operational consistency as suggested by Professor McFaul. I don't know who is able to answer that $100 question, but I will leave it to you. Would you like to respond to the questions up to now? Yeah. Okay, it's on. Thank you, thank you, Ralph. Thank you so much. I'll address the question of Belarus, if I may. The protests in Khabarovsk have been mentioned a few times today. For those of you who may not know, for the past eight weeks now, there have been unprecedented protests in the Russian Far East, initially began over the removal of a local governor, but very quickly turned national in terms of the substance, and quickly turned against the Kremlin and the Putin regime, and at the highest point, there were 50,000 people on the streets of Khabarovsk. Now the whole city population is 500,000. So 10% of the population was on the street. It would be like having 1.5 million people on the streets of Moscow. But for the past four or five weeks, many of the protesters in Khabarovsk were holding up posters, Jive Belarus, Long Leave Belarus, in Belarusian language. And Minsk actually reciprocated a couple of weekends ago. So people were standing with posters. Khabarovsk, we are with you. I saw some slogans, Putin drink tea. Right. But I'm referring specifically to the connection between Russia and Belarus, which was the lady's question. It's very interconnected what's been happening. Of course, Lukashenko and Putin are the last two dictators in Europe. And even though they personally hate each other, which is a pretty well-known fact, they have been so interdependent and so mutually supportive and so similar in the way they have built their systems and their authoritarian regimes and consolidated them. In fact, when Putin came to power six years after Lukashenko and began to do the same things, shut down independent media, rig elections, throw out opposition from parliament, jail opponents, and so on, Boris Nemtsov called it the Lukash-ization of Russia. Lukash-ization of Russia. So Putin followed his neighbor's model, in this case, Lukashenko's the older brother, to use that old terminology. So, and Russia lags behind by four or five years in the pace of authoritarian consolidation, and in trends in public opinion as well. So when Putin looks at the protests in Belarus today, he's horrified. Not only because the fall of Lukashenko will mean another geopolitical humiliation for him, not only because it would mean the loss of a reliable ally, but because it's like a looking in the mirror for him. In what is happening on the streets of Belarus today, he sees a glimpse into what may likely happen in Russia four years down the line in 2024, when we have our own, quote unquote, presidential election scheduled. And that's why he's going to try to do everything he can to keep Lukashenko in power, because he's his penultimate domino. Then Putin will remain the last dictator in Europe, really, if Lukashenko falls. And he knows in his mind, and in fact, in reality, then he's going to be next. So to answer your question, it's very important for many people in Russia that Belarus succeeds. And the reason I started with this Khabarovsk and Minsk kind of, you know, mutual reverences in the posters, there's a serious message behind that. I mean, there are a lot of people in Russia who sympathize with and support and admire what the courageous citizens of Belarus have done. And if they succeed, it's the same with what Ralph mentioned earlier about Ukraine. A strong, successful democratic Ukraine will be a contagious, quote unquote, in a very good way example for Russian society. That's why, in my view, Putin did everything he did after 2014. The annexation of Crimea, the war in Donbass, everything. It wasn't geopolitical. It was because he feared a largely Russian speaking country still to this day becoming a successful democracy. It's the same with Belarus. So for the sake of Russia also, I hope that the protests in Belarus succeed. Thanks so much. Marie? Yeah, I think it's an important question. You know, what happens when Lukashenko falls and if not the opposition, but you know, Russian voters win their votes. And this is where I could not agree with Manuel Tarazin when he kept saying Lukashenko and his opposition. No, no, it's no longer an opposition because there are no longer is a Lukashenko in power legally. It's not an opposition. It's at least 75% of Belarusian voters and citizens. So I don't understand why we are, you know, two or three trains late on acknowledging the situation. I think it is very important to stop talking of them as a position and a minority. We tend to have many contradictions. I think each of us, you know, and one that we've been hearing all day from some of our colleagues is, ah, but Putin cannot allow Lukashenko to fall. He cannot allow Belarusians to succeed. He cannot allow that. Maybe he doesn't like the idea of losing and not yielding his objectives, but he's bound to lose. And we have to change our mindset and not just say, but, you know, Russia can never, you know, drop Belarus. That's maybe what they think, but they don't have the capacity to keep 10 million people against their will in really what is becoming a very brutal and will be a very poor dictatorship. This is why I don't think this is probable. So I'm not trying to think from what Putin is, is afraid of, or, you know, his vanity or his fight for survival, because this is really all the survival of, of a group of, of men. But we have to look at the situation from Belarus, from inside Belarus, as we did when events unfolded in Ukraine. And I think when we say what all depends on how Ukraine succeeds, we should say it will depend on how Ukraine and Belarus succeed. Thanks a lot, Marie. Can I jump in here? Michael, yes, please. Just come in. Just, I agree with, these are great answers to great questions. But I just want to remind people, because there's, because of the particular group we are in this conversation, where the people that are not in the room with us in this debate right now, okay? When we say we, and I just said we, right, when we say we, remember that, that the President of the United States disagrees with everything we're talking about right now. Everything. He doesn't care about Belarus. He doesn't care about Navalny. He doesn't care about Khabarovs. He doesn't care about Ukraine. Remember that. And he could win re-election. It's just 60 days away. You know, I obviously hope he does not. But I think that's an important thing to remember, that there are millions of people in America, and I suspect millions of people in Europe, that have a different view about how we're talking about these things. Which is to say, the ideological component, that there are, you know, there's good and evil in the world. I believe that. It's not realpolitik. But there's another group of people, and by the way, a minority group within my Democratic Party as well, that think in a different way. And I just think we should also, in addition to a strategy for how we deal with Putin, I would like to hear from my German and European colleagues, what is your strategy for dealing with Trump and Viktor Orban and Le Pen and Salvini? What is our strategy for dealing with the illiberals within our own societies as we move forward? I have to say, I've been very impressed with European leadership on Belarus and Navalny, and very disappointed in my own government's lack of engagement on that. For the Secretary of State to fly to Prague and give a speech about democracy in Europe, and not even mention the word Belarus, I think tells you a little bit about the debate within the Republican Party. But I would like to hear, you know, A, what we do just in real time about those forces in our own societies, and B, what if Trump wins re-election? What does that mean in terms of this conversation we're having now, which right now is a, you know, a 50-50% probability? Also, this was a Steilvorlage for you, Herr Felgentreu. Naja, also, schwierig vorherzusagen, wie die amerikanischen Wahlen ausgehen. Also, ich wage wirklich keine Prognose. Und es kann sehr wohl sein, dass wir noch weitere vier Jahre mit Donald Trump zu tun haben. Aber so oder so zeigt ja die Tatsache, dass Donald Trump gewählt werden konnte, dass die Distanz zwischen den USA und der politischen Kultur der USA und der amerikanischen Sicht auf die Welt und der europäischen sich vergrößert hat. Und eine Konsequenz, die wir daraus ziehen müssen, ist jetzt nicht zu sagen, wir kapseln uns ab oder wir nabeln uns ab. Ich glaube, wir müssen immer wieder, gerade gegenüber unseren amerikanischen Freunden betonen, wie wichtig uns die transatlantische Beziehung ist und dass die NATO insbesondere als zentrales Element auch der Westbindung Europas und Deutschlands das Rückgrat unserer Sicherheit ist. Aber gleichzeitig brauchen wir als Europäer, wenn wir in dieser Welt bestehen wollen, eine größere Geschlossenheit und Einigkeit. Das geht zurück zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir brauchen diese Geschlossenheit und Einigkeit gegenüber Russland oder der russischen Führung. Und wir brauchen sie aber auch gegenüber den USA und gegenüber China, um nicht durch zu große Kleinteiligkeit, zu stark widerstreitende Interessen, nicht in der Lage zu sein, das Gemeinsame tatsächlich auch politisch umzusetzen. Das ist der entscheidende Punkt. Ob wir das schaffen können, ist aus meiner Sicht genauso offen wie der Ausgang der amerikanischen Wahl. Denn die Teilungen und das Misstrauen zwischen den europäischen Ländern und Kulturen ist jahrhundertealt und tief. Und das zu überwinden, daran haben wir jetzt gerade zwei Generationen gearbeitet und wir sehen, dass die Bruchlinien immer noch da sind. Und ob wir sie wirklich dauerhaft überwinden können, ist eine offene Frage. Das wird vielleicht die entscheidende Frage für die Zukunft Europas in der nächsten politischen Generation sein. Marie-Louise Beck, Marie, du musst zum Mikrofon. Wenn es so ist, dass wir uns auf dem transatlantischen Partner derzeit nicht stützen können und vielleicht wird das sogar vier Jahre weitergehen und wir alle haben das Gefühl, das wird sehr katastrophal sein, ist trotzdem natürlich die Frage, was tun wir? Und erstens ist die Frage, ob wir als die sehen, dass trotz eines Präsident Trump die USA nach wie vor ein demokratischer Staat sind, ist ein Grund von uns aus, jetzt nicht weiter die Axt an die transatlantischen Bindungen zu legen. Dazu gehört bei uns in Deutschland ein sehr sensibles Thema, nämlich die Frage, was wollen wir in der NATO, was wollen wir beitragen? Und dass da, also ich gucke jetzt frixverhältentreu als Sozialdemokrat und spreche selbst als Grüne, dass wir da nicht immer ganz klar sind. Und ich glaube, das können wir unseren beiden politischen Kräften konzidieren. Das zweite finde ich aber dann eine wirklich entscheidende Figur. Wenn wir von Berlin aus von der Notwendigkeit der europäischen oder der EU-Einheit sprechen, und das ist richtig angesichts einer schwächeren Stimme aus den USA, dann können wir doch nicht darüber hinwegsehen, dass schon mit Nord Stream 1 wir als Deutschland sechs Ländern, die zwischen Russland und der EU liegen, ganz massiv gezeigt haben, dass uns ihre Interessen nicht interessieren. Und dass wir das ein zweites Mal fortführen, und der Vertrag ist 2015 unterschrieben worden, dieser Nord Stream 2 ist kein Gerhard-Schröder-Erbe mehr. Dass wir das in Berlin sagen und gleichzeitig wagen, von der notwendigen Einheit der Europäischen Union zu sprechen, das kommt mir sehr quer. Und ich glaube, viele von uns, die hier sitzen, sehen, dass Macron mit seiner Rapprochement-Politik und seinen Äußerungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein Riesenproblem aufgeworfen hat. Aber auch dann kann man ja nur sagen, womit geht denn dann Berlin nach Paris, wenn sie zu Macron sagt, guck dir dieses Regime an, das da im Kreml sitzt, und wir müssen uns jetzt einigen. Und das bedeutet, wir sind bereit, über unseren Alleingang nachzudenken, und du musst bereit sein, über deine Politik das Rapprochement nachzudenken. Vielen Dank. Herr Felgenrohr, ich würde gerne dazu nochmal auf die Frage von McFall zurückkommen. Sie haben jetzt nochmal die Divergenz zwischen Europa und den USA betont, aber ist es nicht so, dass wir das Problem auch im eigenen Haus haben, darauf hat ja Michael McFall hingewiesen, mit diesen ganzen rechts- und linkspopulistischen Bewegungen, rechtspopulistischen Bewegungen quer durch Europa, von Skandinavien bis zum Mittelmeer, mit Ungarn in der Europäischen Union und auch in Deutschland, mit all den Stimmen, die jetzt in den Chor der russischen Propaganda einstimmen und sagen, wer war es denn gewesen, wer profitiert, oder wem nützt denn die Vergiftung der Wallenstie, das sind doch diejenigen, die Nord Stream 2 sabotieren wollen. Also es war entweder der CIA oder so. Und das haben wir ja im eigenen Haus, und zwar, wir haben es links, links, sagen wir rechts. Und außenpolitisch spiegelt das ja nur wieder, was wir auch als gesellschaftspolitische Auseinandersetzung haben, etwa in der Frage der Einwanderung und der, sagen wir, Migrationsgesellschaft und dem ganzen Misstrauen gegen die politischen Eliten und der Skepsis gegenüber der parlamentarischen Demokratie. Also was tun wir, um die liberale Demokratie wieder attraktiv zu machen und ihre Anziehungskraft auch international, ihre Anziehungskraft auch gegenüber den Gesellschaften in Russland und in anderen autoritären Ländern zu stärken? Ja, ja, eine Frage an Sie. Also an diesen Punkt musste ich denken, als Sie zitiert haben, Alexej Nawalny, auf die Frage, was er denn erreichen möchte. Diese schöne Antwort, mit dem ich möchte, dass Russland ein ganz normales europäisches Land wird. Da dachte ich spontan, was ist denn ein ganz normales europäisches Land? Ist Ungarn ein ganz normales europäisches Land? Polen, all die Länder, in denen starke nationalistische oder autoritäre Bewegungen inzwischen viel populäre Unterstützung haben, das sind auch alles normale europäische Länder. Also man kann nicht davon sprechen, dass Europa eine Insel der Seligen wäre, während der Rest der Welt dem autoritären Teufel verfallen ist. Und insofern sehe ich da ein politisches Kontinuum, das sich über die ganze nördliche Heilpogel spannt und auch die USA mit umfasst. Und dagegen, das ist ein Epochenphänomen. Ich glaube nicht, dass es eine schnelle Antwort gibt, dass man durch ein paar kluge politische Maßnahmen und geschickte Strategien das wieder aus der Welt schaffen kann, sondern das ist ein Ringen. Das ist ein Ringen um die Interpretation von Demokratie und die Interpretation des Miteinanders von Völkern und Menschen und Mächten. Und man kann eigentlich immer nur durch die Best Practice werben. Deswegen glaube ich, dass wir in diesem Jahr eigentlich zumindest in vielen europäischen Ländern, dazu möchte ich auch Deutschland zählen, gezeigt haben, dass wir mit unserem Modell, auch mit unserer unaufgeregten Herangehensweise, besser in der Lage waren, mit einer großen Krise fertig zu werden, als autoritär geführte Länder. Ich glaube, dass das stark war, dass das auch viele verstanden haben und dass das gezeigt hat, dass unser Modell entgegen den Versuchen, es zu diskreditieren, doch besser ist als sein Ruf. Das ist nur ein Beispiel. Aber das wird alleine nicht reichen. Das sieht man ja auch in der Tatsache, dass trotz der verheerenden Bilanz der amerikanischen Gesundheitspolitik eine reale Chance da ist, dass Trump wiedergewählt wird. Und deswegen glaube ich, dass dieser Prozess, dieser Streit immer weitergehen wird, dass der ein politisches Leitmotiv sein wird für die jüngere Politikergeneration, die jetzt in das politische Leben eintritt und dass das in ähnlicher Weise epochalen Charakter hat, wie die Phase der friedlichen und gedeihlichen Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges oder die 30 Jahre des Kalten Krieges davor. Eine einfache Antwort gibt es darauf nicht. Man muss durch das gute Beispiel, durch Aufklärung, durch Argumente und durch erfolgreiche Politik überzeugen. Danke sehr. Wir haben eine Frage zu Wladimir Karamuza aus dem Chat. Wladimir, in Ihrer Meinung, ist das Parsoning von Nawalny zu den Events in Belarus beruht? Wenn ja, ist es nur ein präparativer Schritt für die weitere Aktionen der Kremlin in Belarus? Sorry, I missed the first part of your question because I was still listening to the translation. Could you? Yeah. In your opinion, ist die Parsonung von Nawalny related zu den Events in Belarus? Und wenn ja, ist es nur ein präparativer step for further Intervention? Ich glaube, es ist nicht so. Es ist nicht so. Ich glaube, es ist nicht so. A lot of people ask, warum jetzt? Warum die Timing? Und wenn das die Frage ist, dann die zwei mögliche Antworten sind, wie du gesagt hast, die Proteste in Belarus und auch die localen in Russland in Russland die kommen am nächsten Sunday, 13 September. In fact, the reason Alexei was in Siberia is because he was campaigning, canvassing for his movement's candidates in the upcoming local elections. And it may sound strange, why would Putin's regime care about elections if it controls elections? And it does. But one of the things Navalny's movement has been able to do was to work for the defeat of pro-Kremlin candidates even when the opposition is removed from the ballot. I mean, it shouldn't be possible to lose an election for the regime when your opponents are removed, but they found a way to do this. They have this initiative called Smart Voting where even when real opposition candidates are removed from the ballot, they find some technical spoiler who's always on the ballot just to imitate competition and they essentially urge people to vote for them. And that's what happened in Moscow last year in the local elections. In half of the seats for the Moscow City Councils, pro-Kremlin candidates lost to basically nobodies because so many people are looking for an alternative now in Russia that they're prepared to vote for, whoever except for the Putin candidates. But anyway, no, I do not think it's a question of timing either the Belarus crisis or the local elections. I think it's more the kind of the political danger that Navalny represented for the regime is the reason and not necessarily tied to the timing. And the reason I'm pretty confident about this response actually is because we do not know how long this has been in the making. In February of this year in Vienna, the winter meeting of the OSC Parliamentary Assembly, as I mentioned in my introduction, there was a report published, an oversight report done by the OSC Parliamentary Assembly on the assassination of Boris Nemtsov. And one of the, it's a very detailed, very comprehensive document, 43 pages, it's published on the OSC Parliamentary Assembly website. One of the things mentioned in that report was reference to a witness testimony by a former senior Chechen government official who now lives in exile in London that he had received information from his sources in Ramzan Kadyrov's entourage in Chechnya that Putin went to Chechnya in December of 2011 and that's when he gave the order for the assassination of Boris Nemtsov. It's, by the way, it's public information that Putin did, in fact, go to Chechnya. Of course, the official reason was something else, but he was there. And so that witness testimony is in the OSCE report and that was, of course, three years before Boris Nemtsov was killed. So we don't know how that system works. We don't know how the wheels are turning, how those commands are passed, how those chains of command work. And so if the assassination of Boris Nemtsov was in the making for three years, who knows how long this plot against Alexei Navalny has been in the making and the crisis in Belarus is only one month old. So personally, no, I do not think there is a connection. So we have the, we have the, we have the opportunity for, genau, all the last wordmeldungen and questions. Bitte, come to the microphone. Yeah, good evening. Beatrice Braunschweig, I'm a political scientist, I'm a student student. I'm interested in the way, we observe, that the current conflict in Belarus is very inpolitical ausgerichtet is and Navalny normalerweise äußert sich auch nicht außenpolitisch, sondern sagt prinzipiell, ich möchte Russland inpolitisch verändern und interessiere mich nicht für Außenpolitik. Was hat, was haben diese Äußerungen für eine Relevanz für europäisches Handeln, aber auch für russisches Handeln? Die Äußerungen Navalnys oder was war jetzt genau die Frage? Die Haltung, dass es prinzipiell inpolitisch ist und keine außenpolitischen Ziele verkündigt werden von Belarus vor allem. Marie, möchten Sie vielleicht antworten? Yeah, thank you for your question. I think it's an important question. We've been observing the attitude of the Belarusian candidates and at the time opposition in July and early August, which was very much to fight in their country and choose their own fate. and then after the 9th of August Shetlana Tikhanovskaya and most other representatives of the Coordination Council were very cautious and insisted that their objectives were the departure of Lukashenko new elections on a new legal basis and sanctions against the authors of exactions arrest etc. and they all insisted that they wouldn't state their objective to become more like a European country or to come closer to the EU or closer to NATO and that of course they would like to keep good relations with Russia. This is discourse and typical I think of what I explained earlier because the Belarusians know very well that if they go the Ukrainian way of Euromaidan six years earlier what the Kremlin will do and with Lukashenko if he's still around as well is to cry Western intervention Western interference and they are I think over cautious hence their message the message of the Belarusian Democrats has come through in a way as distorted like they don't care they can remain neutral they don't have a plan to join the EU one day this is not true so it's their tactical positioning and this is where I think it is really for us to absolutely clear that if somebody is intervening in Belarus against the will and the desires of citizens it is Lukashenko and his armed men and the Russian leadership and Syloviki so it is really important to have in mind those two levels of reality one that what happened in Belarus was first and foremost an internal affair get rid of a dictator like you know in a way as it happened during the Orange Revolution in Ukraine in 2004 but of course because Belarus is part of the claimed zone of influence of Russia and because Belarus doesn't belong to Europe formally to the EU yeah I mean it's it's very it's very difficult for I think for us to see how we can make the transition from Lukashenko Belarus dependent on Russia for security and many other things slowly to a secure state and society so I think our whole concern should be about human security and you know and also national security in Belarus because what Putin is trying to do is to scare everybody and say no this is not an internal affair this is you know a western plan against Russia and against Russia's allies so this is I think also to answer one of your questions Ralph what can we do the first thing to do is communicate better I mean we I mean my government communicates very badly I don't know about the German government about all those issues the EU is good in many ways in its reaction and thank you Michael for emphasizing European leadership because we tend to I think to undervalue the capacity of EU institutions to react so the European Union should communicate better make its points because what I think we see you know in Hungary in France in Germany and in the United States is a more and more divided society because more and more individuals live in their own sphere you know their Facebook group they are completely out of the global picture and their sphere can be a sphere of fantasies and this is where also fighting back Russian disinformation fake news fake narrative is number one priority thanks a lot final remarks by Michael McFaul Vladimir and Fritz Felgentrol please so I'm next right Ralph yep okay I'll be brief this has been a great conversation thanks for having me I look forward to being with you in person someday just three thoughts that I had and there are anecdotes two anecdotes one is about what we should do and and I want to make a plea for speaking about good and evil more often not pragmatism not what effectiveness it doesn't mean you cannot engage with the regime to talk about in your case Nord Stream too and that debate there I don't want to meddle in German affairs but in our case arms control but George Schultz my colleague here who is the Secretary of state for Ronald Reagan if you read his book he talks about in his book before Gorbachev that yes we had to deal with the Soviets on arms control but we never checked our values at the door and I think that's a very important concept that you can talk to Putin but you cannot give him legitimacy so that's number one in fact I'm looking at you and I'm reminded of something your colleague Boris said when he met with my old boss Barack Obama in July 2009 we had a meeting at the end of the day with a group of opposition leaders communists and liberals as well by the way it was a mix of people and Boris said something that really rang true with Obama he said I don't want your help he said very clear as always Boris himself he was always clear a fantastic speaker he said we don't want your help we just don't want you to help our enemies we don't want you to give legitimacy to those that are anti democratic and I've always we have to adopt policies about right and wrong irrespective of whether it works or not right in my country we're always talking about do sanctions work or not and what's the causal chain that makes them work those are difficult analytic social science questions but you may not understand when they might work for a long time and I want to share one more anecdote I went to the Soviet Union in December 1991 with Vice President Mondale I don't know if you remember him he was the vice president for Jimmy Carter we're at a big dinner 400 people there it was very exciting that we could be there it was a group called National Democratic Institute which I know many of you know and at the end of that dinner Walter Mondale went and shook the hands of everybody at that conference because he's American politicians that's what we used to do and easily two dozen of those people were political prisoners two of them cried when they held his hand and they said to him thank you for speaking about human rights this is in the 70s he was speaking about it right this is 15 years later and they said hearing your voice on radio liberty gave me inspiration as I sat in jail so did Walter Mondale know in 1977 when he was reading out a statement of course he didn't but remember that sometimes speaking about good and evil can have long term unintended consequences way down the road thinking Velsinki Accords in Europe remember that when we talk about what's pragmatic and not and then my last third plea would be Democrats of the world need to unite liberals of the world need to unite small D Democrats small L liberal small L and Ralph I would encourage you and your organization to help engage in this ideological contest we're in in the world in my country people do not think of it in those terms and I think it would be a service to everybody not wait for our governments but just as we're doing now bring this community together to help strengthen this community because the other side they're doing they're having their conferences they're having their chats and their bots and all that 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 connective tissue is there my plea is for small L liberals to do the same on the other side and especially at this time in my country when we are struggling we look to Europeans to take the lead so thanks again for having me thanks a lot Michael by the way engaging and defending liberalism not as a partisan issue but the belief in the value of freedom and self determination and the rule of law and the renewal of liberal democracy not just defending the status goal the renewal of liberal democracy this is the very purpose of our small institute and this is why we are called the center for liberal modernity so Vladimir please thank you thank you so much Ralph thanks again for bringing us here the last public event I took part in before this whole quarantine began was at the end of February in Siktivkar which is a pretty small provincial town about two and a half flight to the east of Moscow it's in the north of the European part of Russia Republic of Komi one of the capitals of the Soviet Gulag back in the social distancing and in a room with people and kind of talking back and forth and were quite a few young people in the audience and after speaking with them maybe for half an hour or so it suddenly struck me that back in the day you would always be able to tell the difference in Russia between a capital city audience so people from Moscow and St. Petersburg and then what we called maybe with some Moscow snobbery provincial audience people everywhere else you could always tell to whom and where you are speaking and it struck me that this is no longer true of the generation maybe 30 years and younger because it's not that they don't watch it's not that they don't trust or like Putin state television they don't even watch it they live in the same Twitter feeds same YouTube videos same social media as their peers not only in Moscow and Petersburg but also in other European countries and that generation is the best hope for the future of Russia it's those young people that we see on the streets of Khabarovsk those young people we saw last year in Moscow during our summer protests in 2019 is they who influenced certainly the latest opinion poll figures that we see from the Levada Center in authoritarian system where the state controls every single national television channel and only 23% in an open poll said that yes we trust this man Vladimir Putin so I'm very grateful for opportunities like this Ralph Marie Louise and for platforms like this to speak about another Russia that is out there beyond the Kremlin beyond the propaganda beyond those crooks and criminals who sit around Putin and so it's very important for us when people do understand that difference because you know that one day that Russia will prevail because that is the future even demographically and the last note I'm grateful to Mike McFall for recalling what Boris Nemtsov always used to say how can we do to help we don't need help it's for us Russians to change Russia don't empower and don't enable the Putin regime especially by giving countries and your jurisdictions as havens for the money that they are stealing from us from the people of Russia that is the only thing we ask stand by your values stand by your principles practice what you preach what we need to do in Russia we will do ourselves and hopefully one day we'll be able to have this conference and talk about a very different agenda and talk not just about rapprochement as I said but about real strategic partnership between a democratic Russia and the rest of Europe thank you so much Schlussbemerkung von Fritz Felgentreuen vielleicht gehen Sie doch nochmal auf die Bemerkung von Marie-Luise oder ihren Appell ein dass wenn wir eine gemeinsame europäische Haltung eine gemeinsame europäische Aus- und Energiepolitik wollen dass wir dann nicht um Nord Stream 2 hinweg kommen und die Kritik ernst nehmen müssen von einer Vielzahl europäischer Staaten des Europäischen Parlaments und auch doch ziemlich hörbar aus der Europäischen Kommission Ohne eine neue Diskussion aufmachen zu wollen ich glaube ich würde darüber noch hinaus gehen gerade Deutschland macht immer einen ganz schweren Fehler wenn wir Ostpolitik und Russland Politik als miteinander identifizieren denn der europäische Osten und auch das östliche Mitteleuropa sind weitaus größer als nur Russland und ich glaube gerade wir Deutschen müssen es immer wieder klar machen wie empfindlich und wie sensibel und wie misstrauisch insbesondere die baltischen Staaten und Polen darauf reagieren wenn über ihre Köpfe hinweg Deutschland mit Russland Vereinbarungen trifft denn dafür gibt es einfach historische Präzedenzfälle die zeigen dass das meistens schlecht ausgegangen ist für die Länder dazwischen das wissen die das haben sie verinnerlicht und wenn wir uns das nicht klar machen dann sähen wir misstrauen und erschweren jede Art von europäischer Einigung und das betrifft denke ich ganz viele Felder der Politik und das muss ein wichtiges ein wichtiger Punkt sein den die deutsche Außenpolitik in jedem Falle mit berücksichtigt wenn sie Schritte unternimmt um auch mit Russland ein besseres Verständnis zu erreichen ansonsten würde ich mich dem gerne anschließen was sie gesagt haben ich glaube solidarisch sein mit Oppositionsbewegungen sowohl in Weißrussland in Belarus oder in Russland heißt nicht so eine Art Patenschaft zu übernehmen sondern man muss den Menschen die dort aktiv sind selber etwas zutrauen denn es ist meine feste Überzeugung Belarusen und Russen sind tatsächlich ganz normale Europäer und das was andere ganz normale Europäer geschafft haben können sie auch schaffen und ich glaube das ist der Grund warum sie vollkommen richtig lagen mit ihrer Frage hat Putin Angst das ist ein alter Topos der europäischen Literatur dass Tyrannen schlecht schlafen weil sie immer Angst haben und ich glaube das sieht man hier auch die Stabilität von Autokratien ist eine Scheinstabilität weil sie Konflikte zudeckt ohne sie zu lösen und andere die von außen drauf gucken und sich von dieser Scheinstabilität beeindrucken lassen sind dann immer ganz überrascht und die Konflikte auf einmal aufbrechen wie wir es in Chabados gesehen haben und deswegen glaube ich man kann sowohl den Belarusen als auch den Russen zutrauen dass sie es schaffen diesen Durchbruch zur Freiheit zu erreichen aus eigener Kraft in einem von ihnen selbst gewollten und gesteuerten Prozess und ich glaube dass der Appell zu sagen wir dürfen in einer solchen Situation nicht uns nicht und sei es unfreiwillig oder durchaus Naivität mit den Unterdrückern solidarisieren das ist der richtige Appell und deswegen glaube ich auch dass der methodische Ansatz den sie am Anfang gewählt haben als sie über den Magnitsky gesprochen haben im Grunde der richtige ist man muss es nicht eins zu eins übernehmen man kann überlegen welche adäquaten Lösungen es für die Europäer gibt aber im Grunde ist das der richtige Weg und zwar überall da wo wir Menschenrechtsverletzungen registrieren wo wir mit dem Bruch internationalen rechts registrieren die konkret verantwortlichen dann auch in die Verantwortung zu nehmen und entsprechend zu behandeln das ist der entscheidende Punkt und auch der richtige Weg und ich glaube wenn wir uns darauf als Europäer verständigen können dann sind wir schon einen riesen Schritt weiter Dankeschön Ganz herzlichen Dank ausdrücklich für dieses letzte Statement das ist natürlich viel zu früh für Nachrufe aber ich darf jetzt trotzdem schon sagen dass wir sie als Stimme im nächsten Deutschen Bundestag sehr vermissen werden und hoffen dass sie dieses verbleibende Jahr noch nutzen um möglichst hörbar und wirksam Politik zu machen und danach wieder an einer überraschenden Stelle auftauchen genau wie der alte Maulwurf was soll man sagen nach so einer reichhaltigen und intensiven Diskussion ich würde nur ein Takeaway kurz benennen was Michael McFall auch nochmal in seinem letzten Statement so stark gemacht hat dass es eben nicht darum geht Dialog ja oder nein es geht auch nicht darum ökonomische und politische Zusammenarbeit mit dem Kreml ja oder nein sondern es geht entscheidend darum mit welcher Haltung wir die Europäische Union die Bundesrepublik auftreten und dass wir entschieden sind wenn es um die Werte und Normen geht auf denen das Vereinigte Europa aufbaut auf die Werte von 1989 90 die übrigens auch damals noch von der Sowjetunion und dann später von Russland gratifiziert worden sind und dass wir diese Normen und diese Regeln entschieden verteidigen und nicht nur mit Worten sondern wenn es nötig ist auch mit Taten das ist glaube ich die Auseinandersetzung um wie es geht und das zweite war dass wir uns darum kümmern müssen dass wir unsere Hausaufgaben machen und liberale Demokratien wieder zu etwas Anziehendem machen zu einer Kraft die ausstrahlt und das ist wahrscheinlich sogar der größte Beitrag den wir leisten können für die Demokratie Bewegung in autoritären Staaten herzlichen Dank für Ihr Interesse herzlichen Dank für Ihre Beteiligung an der Diskussion für uns war das ein toller Tag zum ersten Mal seit Februar wieder in eine große Öffentlichkeit zu gehen ich möchte mich noch ausdrücklich bei den Übersetzerinnen und Übersetzern bedanken die den ganzen Tag über eine famose Arbeit hier geleistet haben und noch einmal bei unserem Team das diese Konferenz und diese Veranstaltung vorbereitet hat hier war ganz prima schönen Abend noch